Hallo, ich heiße Athanas Iliev, kurz Nazco, ich komme aus Trier und heute sind wir hier in Düsseldorf, in dieser wunderschönen Stadt und ich habe eine Frage an dich, Lena, und zwar, was ist dein großer Traum, ob dein Traum schon erfüllt ist oder besteht noch, das interessiert mich sehr. Was ist dein großer Traum? Du hast schon so viel erreicht, so viel erreicht und du bist so jung und bestimmt gibt es aber vielleicht was noch Schönes, was du erreichen wolltest. Das interessiert mich. Ciao. Super, 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 super. Danke für die Chance. Ja, danke Ihnen, dass wir mit uns haben, das gar nicht so einfach mal jemand zu finden, der man schon wirklich hat. Wir können auch immer auf www.bdr.de mal verfolgen, wenn du lokalisch hältst du es über. Wenn ihr mal das mal bis nächsten Sonntag, dann besuchen wir uns ein bisschen, natürlich, dann hinter mir mit Lena und der die Kinder, da wir waren. Super, freut mich, danke, super, 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 super.